Vertraue und glaube, es hilft, die göttliche Kraft! Öffne sie wieder. Und male es auf. Dass nicht nur bei uns Frieden ist, sondern auch woanders. Aber dass auch in vielen Ländern kein Frieden ist. Und das finde ich sehr schade. Ja, ich glaube, wir haben auch denen in der Schule gezeigt, dass Frieden wichtig ist. Und ja, dass ich filistrisiert habe, fand ich auch gut. Also ich fand vor allem die Präsentation am besten. Und der Höhepunkt war natürlich, wie wir den großen Mantel runtergelassen haben von der Standorte. Am besten fand ich, dass wir alle zusammengearbeitet haben mit der Frieden-Kaps-Arts. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Mir ging es beim Friedensmantel darum, den Erwachsenen, die Krieg führen, zu zeigen, dass es Kinder gibt, die das nicht wollen. Und ich glaube, das haben wir hingekriegt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die ZDF für funk, 2017 XXVkk Com Musik 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 Musik